Abgesetzt hat sich bereits der Henrik Schmidis aus Vechta, ihm folgen zwei Fahrer vom RSI Weimarer Tal, die 130, das ist der Fahrgrund. Henrik versuchte jetzt die Nummer 182 durchzugehen, das war Sebastian Reis. Rennen Nummer 17, Ju Plus Anfänger, gesetzt mit Andreas Gausch, Lennart John, Marcel Votor, Maxim Gerritz und Kai Engbrek. Runde 4, das ist Andreas Gausch, und er sich jetzt auch etwas absetzen, vor der Nummer 170, dem Kai Engbrek. Dritten Platz im Augenblick zu vieren, 20, Maxim Gerritz. Runde Nummer 18, Anfänger, Jürgen Plus, Johannes Beinke, Jonas Siegmann, Marin Möller, Wanner Woltersdorf, Eric Kumpel und Matthias Gausch. Die Führung gegen die Nummer 129, Marvin Möller vom RSI Weimarer Tal ist. Runde Nummer 18, im Haupt aus dem Hodger Prinz von Phot conten. Fahrzeugen beim RSI bei Jarrett in στη Verzehrung von Health. Rundging bei extraction und encouraging mit객em Fahrer den Geburtsdorf und inventen vieler so groß wie die Typen für Größe weggeband. Er wird in 건 Kuhfil anfalten. V sim Hope. Hier ist machbar했astisch im天6 Ja, das ist gut.